Ich leite die Diskurswerkstatt im Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung. Die Diskurswerkstatt ist eine Forschungsgruppe, in der wir uns mit Diskurstheorie, Diskursanalyse und natürlich kritischer Diskursanalyse auseinandersetzen, in Orientierung an Michel Foucault, Margrethe Jäger und Sigrid Jäger. Die Diskurswerkstatt richtet sich an alle Menschen, die sich für diese Themen interessieren, auch gerade an Studierende oder ForscherInnen, die eine Diskursanalyse durchführen wollen oder bereits durchführen und das mit uns besprechen wollen, sei es im Rahmen ihres Dissertationsvorhabens oder auch ihrer Abschlussarbeit. Was machen wir in der Diskurswerkstatt? Erstens widmen wir uns theoretisch-methodischen Fragen rund um Diskurstheorie und Diskursanalyse. Dabei lebt die Diskurswerkstatt von den Bedarfen, Interessen und Fragen ihrer Mitglieder, die wir aufgreifen und im Rahmen ausgewählter Fachliteratur besprechen. Zweitens haben wir immer auch einen Praxisteil, in dem wir uns einem konkreten Diskurs widmen, wie zum Beispiel den Fluchtdiskurs. Wir untersuchen dann eine Auswahl an Artikeln anhand der Fragen, wie zum Beispiel, was ist sagbar, was ist nicht sagbar, was gibt es für ausgrenzende Positionen, was gibt es für emanzipatorische Positionen, was gilt als Wahrheit oder auch, welche Feindbilder werden konstruiert. Deshalb ermöglichen wir so auch immer die direkte Anwendung des Ansatzes, weshalb ich auch vom sogenannten Diskursanalytischen Joggen spreche. Drittens bieten wir ForscherInnen immer auch die Möglichkeit, in der Diskurswerkstatt ihr aktuelles Forschungsvorhaben mit uns zu besprechen und zu diskutieren und haben auf diese Weise schon viele ganz unterschiedliche Forschungsvorhaben bereichern können. Was ich an der Diskurswerkstatt am meisten schätze, ist der wissenschaftliche Austausch auf Augenhöhe und dass die Diskurswerkstatt eine Art Dauerfortbildung ist. Nirgendwo kann man sich besser mit der kritischen Diskursanalyse praxisnah vertraut machen und sein eigenes Forschungsvorhaben auf diese Weise weiterentwickeln. Wir machen es uns außerdem zur Aufgabe, herrschende Positionen zu hinterfragen oder um es mit den Worten von Michel Foucault zu sagen, muss das, was selbstverständlich ist, wirklich selbstverständlich sein. Noch ein kurzer Hinweis, wann die Diskurswerkstatt stattfindet. Sie findet immer mittwochs einmal im Monat statt und das von 16 bis 20 Uhr entweder am Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung oder auch online. Und das von 16 bis 20 Uhr entweder am Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung oder auch online.